Ich wähle SPÖ, weil ich es unerträglich finde, dass die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Gerade im Gesundheitsbereich ist es für mich fast nicht auszuhalten, dass es zwischen den Bezirken eine unterschiedliche Lebenserwartung gibt. Wir wissen schon längst, dass Armut krank macht. Und das kann ich als Ärztin nicht akzeptieren. Die SPÖ ist die einzige Partei, die sich hier für die Betroffenen einsetzt.